herzlich willkommen zu einem neuen video und zwar geht es heute um ein licht setup ihr seht das bild gerade eingeblendet und ja da habe ich ein bisschen was dazu geschrieben in meinem newsletter letztens und da kam eben die frage auf ob ich dazu nicht auch ein video machen könnte so ich habe das ganze jetzt ja auch vor einiger zeit schon in satellite 3d studio von alexia software nachgebaut und möchte jetzt einfach mal ganz kurz erklären was ich da so gemacht habe also hier sieht man das das ganze setup also ich habe einen schwarzen hintergrund gehabt ja wenn er entsprechend weit weg geht vom hintergrund könnt ihr da farbe nehmen welche ihr wollt und ja habe hier vorne aber wenn man hier unten rechts klickt kann man hier durch den raum sich drehen und so weiter ihr seht ich habe mir hingesetzt auf den stuhl und das licht kommt wirklich senkrecht von oben runter das würde natürlich auch im stehen gehen braucht man halt extreme deckenhöhe und am besten noch ein galgenstativ damit das licht ja eher von hinten kommt als das muss wirklich senkrecht von oben runter kommen wir hier auch hier oben noch seht und dann habe ich ja frontal zu ihm geguckt was ich halt daran auch schöner finde als wenn er gerade schaut ist wenn wir das licht klein machen bzw runter regeln können wir die blende bisschen aufmachen können wir wenn wir glück haben und eine lange brennweite zum beispiel verwenden auch denn ja die schultern hier alles ein bisschen unschärfer bekommen darum geht es jetzt aber gar nicht sondern es geht darum dass wir hier diese schatten bekommen und zwar geht da eben das licht von oben runter das problem ist jetzt an der ganzen geschichte eigentlich nur dass das licht wenn wir eine normale deckenhöhe haben und keine ganz extrem hohe dass wir relativ nah ran müssen an den kopf kann natürlich das model auch auf den boden setzen ich habe es jetzt in dem fall nachgebaut mit einem stuhl ich habe es auch schon mit einem stuhl und auf dem boden sitzend umgesetzt also es funktioniert beides sehr gut kommt eben darauf an was wollte eure model zumuten und so weiter wenn wir extrem nah ran gehen mit dem licht haben wir halt einen starken lichtabfall das heißt wir haben hier oben sehr sehr hell und haben hier unten geht es relativ schnell fällt das licht ab als wir haben weniger lichtmenge wenn wir den jetzt auf den boden setzen und das licht weiter hoch machen dann haben wir einen geringeren lichtabfall allerdings streut das licht dann in der regel auch ein bisschen mehr das heißt wir bekommen auch die harten dunklen schatten hier in den augenhöhlen zum beispiel nicht und das ist ja das was ich haben möchte das ganze lässt sich dann umsetzen entweder einfach so oder wie ich es jetzt in dem fall gemacht hat von unten noch ein bisschen aufhellen ich habe da einfach jetzt mal eine styropor platte animiert die kann ja ein bisschen rüber schieben das ist jetzt erstmal egal um dann einfach hier unten noch das ganze ein bisschen aufzuhellen am kinn das heißt wenn ich die den aufheller jetzt mal ausblende dann haben wir hier unten extrem dunkel dass das ganze wird noch viel viel dunkler und wenn ich den aufheller wieder einblende dann kommt eben noch ein bisschen lichtreflexion von unten wieder zurück und dadurch haben wir halt einfach das ganze ein bisschen einfacher wir können das natürlich auch ein bisschen nach unten schieben dass es nicht ganz extrem ist und so weiter also da ganz viele anpassungsmöglichkeiten in dem video soll es jetzt einfach mal ganz kurz darum gehen wie ich das ganze aufgebaut habe als das licht wirklich senkrecht von oben also bekommt es wirklich hier hauptsächlich auf den hinterkopf und dann wird eben die nase und die wangen werden dann noch so ein bisschen beleuchtet und dann eben die kamera senkrecht zum gesicht direkt positioniert und dadurch haben wir halt auch eine spannende körperhaltung was wir sonst auch nicht haben das ganze in schwarz weiß umgesetzt oder in farbe macht er nichts aus es ist dann einfach auch wieder geschmackssache je nachdem was von t shirt oder hemd das model an hat beziehungsweise oben oben ohne ist ja das ist dann einfach auch wieder individuelles gehören der wieder der gestaltungsspielraum so wenn ihr fragen habt dazu zu satellite 3d oder zu diesem licht setup oder überhaupt dann schreibt mir gerne in die kommentare ich werde dazu gerne noch eingehen und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen tag viel spaß beim nachmachen ja den link zur software habe ich in die bild beschreibung rein bin die video beschreibung unten und dann könnt ihr euch das ganze mal in ruhe anschauen herzlichen dank fürs zuschauen und ja bis zum nächsten mal